Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen, den Notfallaufnahmen und im Rettungsdienst. In der Intensivpflege werden in Deutschland zunehmend Mangeldiskussionen geführt, die aus einer derzeitigen Knappheit von Ressourcen stammen. Insbesondere wirkt sich ein relativer Fachkräftemangel in direkter Weise auf die Intensivversorgungsqualität in den einzelnen Krankenhäusern aus. Phasenweise müssen Aufnahmekapazitäten von Intensivstationen beschränkt werden, weil qualifiziertes Personal zur Versorgung fehlt. Die für die notwendige Versorgung in der Intensivmedizin qualifizierten Fachpflegekräfte stehen den Kliniken nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Die Anzahl dieser Fachpflegekräfte muss im sinnvollen Verhältnis zur Anzahl der kritischen Kranken beziehungsweise der hierfür zur Verfügung gestellten Bettenanzahl stehen, um dem individuellen Bedarf der Intensivpatienten gerecht werden zu können. Die hieraus resultierende Diskussion um die notwendige Anzahl von Fachpflegenden und Betreuungsintensität der Patienten sollte, streckt am bestmöglichen medizinischen Outcome und den da zu erforderlichen Qualitätsvorgaben orientiert werden. Tilman Müller-Wolf, Lothar Ulrich, Thomas Vandenhofen und Dominik Zergibel wollen mit fünf Thesen zur fachlichen Diskussion beitragen und damit die Relevanz der Profession für die Gesundheitssysteme unterstreichen. Erstens, Intensivpflege erfordert eine spezifische Qualifikation. In den westlichen und hochmodernen Gesundheitssystemen existieren international Sonderqualifikationen für Intensivpflegende, die für die speziellen Versorgungsbedürfnisse der Patienten die angewendeten Geräte und pharmakologischen Interventionen ausbilden. In Deutschland stehen hierfür die berufsbegleitende Weiterbildung für Intensivpflege und Studiengänge mit Masterabschluss zur Verfügung, die von berufserfahrenen klinisch Pflegenden absolviert werden können. Die Qualifizierung für die Intensivpflegetätigkeit, ob in Weiterbildungskursen oder Studium, muss zwingend in Theorie und Praxis der Intensivmedizin ausbilden. Zweitens, Intensivpflege erfordert spezifischere Chancen, Rahmenbedingungen und Qualität. Intensivstationen sind spezielle für die Versorgung von kritisch Kranken ausgelegte Versorgungseinheiten in Krankenhäusern, die strukturellen und personellen Anforderungen genügen müssen. In Deutschland hat die DIVI hier für Strukturempfehlungen publiziert, die notwendige Rahmen, Prozesse und Bedingungen beschreiben. Strukturempfehlungen und Ausstattung von Intensivstationen sind Bedingungen dafür, dass Intensivpflege wirksam erbracht werden kann. National und international verfügbare Qualitätsindikatoren zur Intensivmedizin, verfügbare medizinische und pflegerische Leitlinien und Standards geben den fachlichen Rahmen für Qualitätsentwicklung vor und sollten zur Anwendung kommen. Drittens, Intensivpflege erfordert regelmäßige Trainings. Die Komplexität und Dynamik im modernen Gesundheitssystem verursachen die Notwendigkeit zu kritischem Denken, wissenschaftsorientiertem Handeln und der ständigen Anpassungen der Medizin und Pflegeintervention an die fortschreitenden Entwicklungen. Hierfür sind regelmäßige Fortbildungen und dafür notwendige Ressourcen zur Verfügung zu stellen und zu ermöglichen. Die regelmäßige Fortbildung bietet die Grundlage für eine Versorgung nach aktuellen Erkenntnissen aus Medizin, Pflege und Bezugswissenschaften. Viertens, Intensivpflege erfordert eigenständige Handlungsfelder. Zahlreiche Untersuchungen zur Allokation von Verantwortungsbereichen an die Pflegenden zeigen positive Ergebnisse im Patienten-Outcome, dem längeren Verbleib von Pflegenden im Berufsfeld und der positiven Weiterentwicklung von Interventionen und Teams. Das in Deutschland tradierte, aber international überholte System der Delegation von Ärztentätigkeiten muss von der fachlich getriggerten Allokation abgelöst werden. Ganzer Bedarf der Patienten ausgerichtet sollten Aufgabenbereiche wie Beatmungstherapie, protokollbasierte Organersatzverfahren, Steuerung der Medikation, Patienteneinschätzung und Assessments sowie Verlaufs- und Entlassplanung an fachlich qualifizierte Pflegende übertragen werden. Mit der Aufgabenallokation sollte ein Job-Enrichment in der Intensivpflege veranlasst werden, das individuelle Entwicklung und fachlich getriggerte Karrierepfade ermöglicht. Fünftens, Intensivpflege erfordert Interprofessionalität und Zusammenarbeit. Zur umfassenden Betreuung und Versorgung von kritisch Erkrankten muss die Intensivpflege mit zahlreichen anderen Berufsgruppen und Disziplinen zusammenarbeiten und kollaborieren. In der direkten medizinischen Versorgung sind das die Ärzte und therapeutischen Berufe. In der erweiterten Versorgung aber auch die Psychologen, Seelsorger, Hygieniker, Pharmakologen, Ethiker oder Medizinkontroller. In der Koordination der Patientenversorgung steuert die Intensivpflege zudem die Tätigkeiten von Pflegehelfern oder anderen zuarbeitenden Berufsgruppen. Zur Strukturierung der Zusammenarbeit sind interprofessionelle Visiten, Teamfortbildungen und die Mitarbeit in fachlichen Projekten, klinischer Forschung und Publikationen geeignet. Ziel muss die Zusammenarbeit der Berufsgruppen auf Augenhöhe sein, in der die Intensivpflege im eigenen Kompetenzwert gehört und wertgeschätzt wird. Diese Publikation können Sie in der DIVI Zeitschrift downloaden bzw. demnächst auch auf der Homepage der DIVI. Ihr Uwe Jansens Musik 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 Musik